Ich sag's euch gleich, ich hab Angst, das Ganze auseinander zu ziehen, bis es reißt. Ich hab Angst. Genau wie die Ballonscheiße. Ich kann es nicht machen. Wenn ich das Ding zu sehr ziehe, das ist zu... Ich muss es locker lassen, weil es reißen wird und ich werd mich erschrecken. Tu's nicht. Nee, es wird mir wehtun. Es wird kack machen und hiergegen klatschen und es wird fünf Sekunden lang wehtun und ich werd es hassen. Nein, Alter. Es wird zurückschnappen, genau in mein Auge rein. Nein, ich kann es nicht. Ich kann es verfickt nicht. Nein.